Die besten Angebote für Fitnessfans am Amazon Prime Day 2024. Der Amazon Prime Day 2024 ist endlich da und bietet eine Vielzahl an Rabatten und Angeboten, die das Herz jedes Fitness-Enthusiasten höher schlagen lassen. Jedes Jahr wird der Prime Day von Millionen von Menschen weltweit erwartet und dieses Jahr hat Amazon noch eine Schippe draufgelegt. Von Fitnessgeräten über Sportbekleidung bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln, die Angebote sind zahlreich und verlockend. Im Folgenden geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die besten Deals, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Fitnessgeräte. Zu Hause fit bleiben. Viele Menschen bevorzugen es, ihr Training zu Hause durchzuführen und die Deals dieses Prime Days bieten dazu die perfekte Gelegenheit. Besonders hervorzuheben sind die Angebote für Heimtrainer und Laufbänder, die für einen Bruchteil des regulären Preises erworben werden können. Peloton Bike Plus. Dieses High-End Fitnessbike bietet interaktive Trainingseinheiten und ist derzeit mit bis zu 30% Rabatt erhältlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Ausdauer und Kraft von zu Hause aus zu verbessern. NordicTrack Commercial 1750 Laufband. Ein erstklassiges Laufband, das ebenfalls erheblich im Preis gesenkt wurde. Es eignet sich perfekt für intensive Cardioeinheiten und individuelles Training mit verschiedenen Programmen. Zusätzlich zu diesen hochwertigen Geräten gibt es auch reduzierte Preise für kleinere Fitnessgeräte, die für ein effektives Training nötig sind. Hanteln, Kettlebells und Widerstandsbänder sind in verschiedenen Sets und Gewichtsklassen erhältlich und bieten vielfältige Trainingsmöglichkeiten. Sportbekleidung und Schuhe. Stilvoll und funktional. Auch die Sportbekleidung kommt an diesem Prime Day nicht zu kurz. Bekannte Marken wie Nike, Adidas und Under Armour bieten kräftige Rabatte auf ihre Sortimente. Nike Air Zoom Pegasus 39. Ein erfahrener Läufer weiß, wie wichtig gutes Schuhwerk ist. Der Nike Air Zoom Pegasus 39 ist für seine ausgezeichnete Dämpfung und Stabilität bekannt und derzeit stark reduziert. Der Adidas Ultra Boost 24. Ideal für lange Läufe oder intensive Trainingseinheiten. Der Ultra Boost 24 bietet hervorragende Unterstützung und Komfort und ist ebenfalls im Angebot. Aber nicht nur Schuhe, auch Sportbekleidung wie Funktionsshirts, Hosen und Jacken sind im Sale. Achten Sie auf spezielle Angebote von Lululemon, die für ihre hochwertigen und komfortablen Trainingsklamotten bekannt sind. Ernährung. Für eine ausgewogene Fitnessdiät ist die richtige Ernährung essentiell. Am Amazon Prime Day gibt es zahlreiche Angebote für Nahrungsergänzungsmittel und gesundheitsfördernde Lebensmittel. Das beliebte Proteinpulver von Optimum Nutrition Whey ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Größen erhältlich und derzeit stark reduziert. Ebenso befindet sich das Gorilla Minds Smooth Nutropicum im Angebot, das für seine unterstützenden Eigenschaften für mentale Schärfe bekannt ist. Perfekt für Fitnessfans, die nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit bleiben möchten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Angebote für Proteinriegel, BCA-Pulver, Pre- und Post-Workout Supplements sowie Vitamine und Mineralien, die eine gut abgestimmte Ernährung unterstützen. Zubehör. Kleine Helfer für den großen Erfolg. Kein Training ist vollständig ohne das richtige Zubehör. Hier sind einige herausragende Angebote, die Ihr Training noch effektiver und angenehmer gestalten können. Fitbit Charge 6. Diese neueste Version des beliebten Fitness-Trackers bietet umfangreiche Funktionen wie Herzfrequenzmessung, Schlaftracking und GPS und ist zu einem unschlagbaren Preis erhältlich. Terragon Prime. Ideal zur Regeneration nach einem intensiven Training. Die Terragon Prime Massagepistole hilft beim Lösen von Muskelverspannungen und ist derzeit stark reduziert. Mit einer passenden Trinkflasche, Sporttaschen und Yogamatten runden Sie Ihr Set perfekt ab und verpassen keine Trainingsmöglichkeit. Fazit. Der Amazon Prime Day 2D24 bietet Fitnessfans unschlagbare Gelegenheiten, Ihre Trainingsausrüstung auf den neuesten Stand zu bringen, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen. Egal ob Sie Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi sind, die Vielzahl an Angeboten hält für jeden etwas bereit. Genießen Sie diese Angebote und bringen Sie Ihre Fitnessziele näher mit neuen Geräten und Accessoires. Für weitere Informationen und eine detaillierte Liste der besten Deals besuchen Sie direkt die Amazon Prime Day Webseite. Viel Spaß beim Einkaufen und vor allem bleiben Sie fit. Auto Anita Farke, Donnerstag, 18. Juli 2024.